Notty Vumier präsentiert Compact Disc, die neue Plattform für deine Musik. Es ist ein Disc, eine Platte, aber kompakt und flach wie ein Blatt. CD ist Lasertechnologie, entwickelt von Jedi, genau wie Lichtschwetter, reflektiert sie die Energie des Universums. Sie sagen jetzt, ich habe doch keinen CD-Spieler. Egal, es funktioniert auch im Kassettengerät, im Adapt-Gerät, auf dem Plattenspieler, auf der Herdplatte oder im Toaster. Nouvelle Friseur von Notty Vumier, jetzt auf Compact Disc. und auf allen anderen Plattformen.